Tischtennis hat in Niederösterreich spätestens seit dem Weltmeistertitel von Werner Schlager einen hohen Bekanntheitsgrad. Willkommen aus dem P3TV Sportstudio. Auch St. Pölten, genauer gesagt Pottenbrunn, ist seit vielen Jahren Fixpunkt der zweiten Bundesliga und ich freue mich heute Mannschaftskapitän Lukas Wender und Nachwuchstalent Dominik Thamann bei mir begrüßen zu dürfen. Lukas, du bist seit Jahren, wenn man so will, das Aushängeschild des Vereins, aber wie ist es eigentlich bei dir zu dieser Tischtennisbegeisterung gekommen? Ja, hallo, danke erst einmal für die Einladung. Ja, ich habe so in Volksschule zweite Klasse, so mit acht Jahren, habe ich damals in der Neigungsgruppe in St. Pölten begonnen. Immer damals in der Otto-Klöckl-Volkschule, immer Mittwoch und war die damalige Trainerin, hat auch beim Verein in Pottenbrunn gespielt und durch das bin ich dann nach Pottenbrunn gekommen und dann eigentlich seitdem dort geblieben. Und was mich im Tischtennis sehr fasziniert, ist einfach diese Vielfältigkeit, dass kein Ballwechsel ist gleich, kein Spieler spielt gleich, man muss immer auf neue Sachen einstellen, jeder spielt mit einem unterschiedlichen Tempo, unterschiedlichen Schnitt und man muss einfach immer auf Sachen reagieren und das fasziniert mich eigentlich sehr an der Sportart. Dominik, was war so bei dir der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, Tischtennis, das ist genau meins. Also einmal hallo, danke für die Einladung. Also bei mir war es auch mit acht Jahren so, ich habe mit einem Ferienspiel begonnen in St. Veit in der Gölsen damals. Ich habe so gut wie alle Sportarten einmal ausprobiert, einfach als Kind so zum Schauen, was mir Spaß macht und bin dann im Endeffekt über die Jahre beim Tischtennis geblieben, einfach weil mir diese Geschwindigkeit auf dieser kurzen Distanz immer sehr viel Spaß gemacht hat und auch diese Vielfältigkeit, die man trotzdem braucht, war immer wichtig für mich und hat mir sehr gut gefallen. Du sagst, dass du kommst aus St. Veit, jetzt gibt es ein Feld, St. Veit auch einen Klub in der zweiten Bundesliga. Warum hast du dann gesagt, okay, ich will es in Bottenbrunn versuchen und bei diesem Team spielen? Also nach St. Veit hatte ich ja noch viele Stationen vor Bottenbrunn, aber es gab dann in St. Veit sein Feld keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr, schon als Kind nicht mehr und deswegen habe ich mich über viele Stationen weiterentwickelt und bin dann im Endeffekt bei Bottenbrunn gelandet. Lukas, wie wichtig ist es eigentlich, dieser Status als Verein in der zweiten Bundesliga, dass man so die größten Talente wie den Dominik aus der Region zum Verein bekommt? Ja, es ist natürlich schon wichtig, dass man da attraktiv für diese Spieler ist als Verein, weil glaube ich vor allem, wie es in Bottenbrunn ist, als kleinerer Verein, der wir sind, ist es einfach nicht möglich, da jetzt alle drei, vier Jahre einen Spieler herauszubringen, der ein zweites Bundesliga-Niveau hat, da fehlt uns die Dichte im Nachwuchs, muss man so ehrlich sagen. Und da ist es dann natürlich schon wichtig gewesen für uns, nachdem ich dann irgendwann zu alt war, um als Nachwuchsspieler spielen zu können, der in der zweiten Bundesliga eben verpflichtend ist, zu schauen, okay, welche Alternativen gibt es in der Region? Und da war es natürlich super, dass wir den Dominik für uns gewinnen haben können, weil der in der Nähe war, auch zum Training kommen kann. Und so gesehen ist es schon sehr wichtig, dass man da diesen Spielern was bieten kann, dass man als Verein interessant für so junge Spieler ist. Jetzt habt ihr in den letzten Jahren mit dem Balasch-Fixl einen ungarischen Legionär als Nummer 1 gehabt, heuer ein rein österreichisches, eigentlich ein rein niederösterreichisches Team. Warum auch dieser Schritt so auf diesen blau-gelben Weg zu setzen? Ja, also es war so, der Balasch hat jetzt zehn Jahre bei uns gespielt, wir haben dem sehr viel zu verdanken, wir sind dann eben vor der zweiten Landesliga mit ihm in die zweite Bundesliga raufgekommen und es war dann eben am Ende des letzten Jahres so, dass er als Sponsor zurückgezogen hat und dann für uns einfach die finanziellen Möglichkeiten nicht mehr da war, dem Balasch ein attraktives Angebot zu machen. Und wir haben dann gesagt, okay, wir haben eh schon drei Österreicher beim Verein, alle irgendwo aus der Region, alle maximal eine halbe Stunde weg von Pottenbrunn. Wir verstehen uns sehr gut, wir sind eine geschlossene Mannschaft und haben gesagt, okay, wir probieren das jetzt einfach so einmal auf diesem Weg und schauen einmal, ob das funktioniert, ob wir uns ohne Clan-Führungsspieler auf dem Level behaupten können und es hat sehr gut funktioniert zum Glück. Dominik, was würdest du sagen, macht euch als Team auch so stark? Auf jeden Fall macht das was aus, dass wir als Team immer zusammenhalten und wissen, dass wir uns auf uns verlassen können, wir drei. Und was uns auch ausmacht, ist, dass zumindest wir ungefähr gleich stark sind und somit ein ausgeglichenes Mannschaftsverhältnis herrscht. Jetzt bist du mit 20 der Youngster, der Lukas ist knapp 27, schon seit 10 Jahren in der ersten Mannschaft dabei und seit Anfang in der Bundesliga, was kannst du von so einem erfahreneren Spieler da noch lernen? Natürlich kann ich da viel mentale Stärke mitnehmen von ihm, was ich mir beibringen kann, vor allem weil wir auch miteinander viel trainieren. Und ja, er ist nichtsdestotrotz der stärkere Spieler noch von uns und da kann ich im Training sehr viel mitnehmen. Jetzt habt ihr ja mit Platz 3 im Grunddurchgang der zweiten Bundesliga ein für viele sehr überraschendes Ergebnis abgelegt als junges Team. Wie überraschend ist der Erfolg für euch auch als Team gekommen? Auch sehr überraschend, muss ich ehrlich sagen. Also wie gesagt, das war eben die neue Situation vor der Saison ohne Legionären. Wir haben dann gesagt, okay, also die zweite Bundesliga sind 16 Mannschaften, acht kommen ins obere Playoff, acht ins unteren. Wir haben gesagt, ja, wenn wir ins obere kommen würden, wenn sich das irgendwie ausgeht, dass wir nicht im Abstiegskampf sind, das wäre schon super. Und dass es dann so gut läuft und wir haben dann wirklich im Herbst eine Siegesserie gehabt, wo wir dann, glaube ich, wirklich über sieben Runden, acht Runden kein Spiel verloren haben. Und dann auf einmal, also vor dem letzten Wochenende waren wir Fünfter und wir haben gesagt, okay, super, obere Playoff haben wir geschafft. Und dann haben wir noch die letzten zwei Runden gegen die direkten Konkurrenten auch gewonnen und waren dann auf einmal Dritter nach dem Grunddurchgang. Und also das, wenn man mich das vor der Saison gefragt hätte, hätte ich eigentlich gesagt, halte ich nicht für möglich, dass wir so weit vorne sind. Also war eine Riesenüberraschung. Jetzt sagst du Oberheitsplayoff, es hat auch den Titel Aufstiegsplayoff. Da denkt man jetzt gleich, wenn man das Wort Aufstieg hört, natürlich, man strebt nach Hörin. Wie weit ist der Aufstieg für euch auch ein Thema? Ist momentan kein Thema, so ehrlich muss man auch sein. Die erste Bundesliga wäre für uns drei von, also bräuchte man sicher wieder einen Legionär oder eine klare Nummer eins. Das wäre für uns spielerisch wahrscheinlich so als Mannschaft zu stark und ist für uns finanziell momentan auch nicht nachmachbar. Also ich glaube, wir passen sehr gut in die zweite Bundesliga vom Niveau her. Es schaut für nächstes Jahr, also die Mannschaftsplanung steht so weit, das passt alles. Und wir freuen uns, wenn wir dann nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga mitspielen können und hoffen, dass wir ähnlich gut performen wie heuer. Dominik, wie zufrieden bist du mit deiner Saison bisher? Ich bin auch sehr zufrieden. Mein Ziel war, dass ich im Schnitt ein Spiel gewinne pro Meisterschaftsspiel und das konnte ich bis jetzt halten. Und da bin ich sehr froh darüber. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Saison ist ja noch nicht ganz vorbei. Und schauen wir, was noch weiter nach oben geht. Jetzt hast du im Vorjahr bei den U21-Staatsmeisterschaften in Baden mit dem Team Niederösterreich den Staatsmeistertitel geholt. Bei einem Interview von dir gelesen vor ein paar Jahren, wo du gesagt hast, mein Ziel ist ganz klar Profi. Wie weit sind diese Profiambitionen noch immer da? Nein, man muss sagen, die Profiambitionen sind eigentlich nicht mehr da. Ich habe mich dazu entschlossen, schon vor zwei Jahren ungefähr den Sport als Hobby und als Spaß vorzutreiben. Und das hat dann auch, muss ich sagen, meine Performance gepusht, dass ich gesagt habe, das ist kein Muss mehr für mich, dass ich die Saison spiele, sondern einfach ein Spaß. Und das hat mir sehr viel gebracht, auch mental. Wie schwierig ist es eigentlich in Österreich wirklich von Nachwuchs Richtung Profi dann zu gehen? Der Schritt ist extrem schwer, weil die Dichte von der zweiten Bundesliga in Richtung erste Bundesliga, also der Leistungssprung ist extrem hoch und die Trainingsmöglichkeiten dafür sind sehr gering. Und dementsprechend ist es sehr schwierig, diesen Sprung dann zu schaffen und es haben auch sehr wenige Spieler jetzt in der letzten Zeit es geschafft, muss man auch sagen. Lukas, ein Thema ist natürlich auch, wenn man an die Spitze will, es braucht auch die Breite, sprich den Nachwuchs. Wie schaut es da eigentlich aus, weil gerade im Tischtennis-Sport waren viele Vereine ja doch in den letzten Jahren oft überaltert. Wie schaut es da bei euch mit dem Nachwuchs aus? Ja, ich würde sagen, wir haben durchaus mit dem auch zu kämpfen, aber wir geben unser Bestes. Es macht jetzt immer noch eben der Baller Schfixl, der als Legionär bei uns im langen Jahre Zweite Bundesliga gespielt hat, ist eh schon zur Sprache gekommen, macht immer noch Nachwuchstraining bei uns. Wir haben da schon jetzt wieder einige jüngere Spieler, die auf einem ganz guten Weg sind und haben es auch in den letzten Jahren immer wieder geschafft, schon gute Spieler rauszubringen. Also wir haben jetzt einen 18-Jährigen, den wir jetzt nach einem Stettenverlieren haben, der dort Zweite Landesliga spielt. Also ich würde sagen, es ist schon immer mühsame Arbeit und ist natürlich eine Frage von Zeitressourcen. Aber es gelingt uns dann schon immer wieder, Spieler rauszubringen. In der Breite können wir uns sicher noch verbessern, keine Frage. Wie schaut es eigentlich generell aus in Niederösterreich? In deiner Jugend hat es noch die Werner Schlager Akademie gegeben. Wie schaut es heute aus mit der Nachwuchsförderung in Niederösterreich? Es gibt einerseits in der Südstadt Leistungszentrum. Leider erst für die Oberstufe, für die Unterstufe gibt es da leider nichts. Wo gute Spieler sind und dann gibt es schon einzelne Vereine, die wirklich durch eine hervorragende Nachwuchsarbeit hervorstechen. Tulln kann man da besonders erwähnen, die wirklich zwei Top-Talente dort haben. Ich bin dort manchmal auch als Sparingspartner zu Gast. Die machen da sehr gute Arbeit, haben das wirklich toll aufgebaut in den letzten Jahren. Wie ein Neudorf kann man da auch noch nennen. Die Basis ist immer in den Vereinen und dann kann es eben in so Leistungssportzentren wie die Südstadt weitergehen. Dominik, wie sehr engagierst du dich da oder reizt sich da auch schon mit dem Nachwuchs, mit der nächsten Generation schon wieder ein bisschen zu arbeiten und am Tisch zu stehen? Also ja, ich genieße es sehr auch mit den jüngeren Spielern zu trainieren. Das ist ja auch für mich ein gutes Training, dass sie auch auf meinem Niveau beziehungsweise schon besser spielen. Und was mich auch sehr reizt, dann in den Turnieren auch mich gegen sie messen zu können und zu sehen, wie kann ich noch mit den Jungen mithalten, die wirklich viel trainieren. Und ja, das ist immer schön zu sehen. Jetzt liegt aktuell noch das Hauptaugenmerk auf der laufenden Bundesliga-Saison natürlich. Was hast du dir da auch für die ausstehenden Runden noch so an Zielen gesetzt? Naja, als Ziel hätte ich gesetzt, dass wir prinzipiell, was das gilt, immer unser Bestes geben und dass wir noch einige Spiele gewinnen können. Das wäre so mein Ziel. Lukas, wie schaut es dir eigentlich aus? Jetzt Wintersport, die Stennis geht langsam dem Ende zu. Gibt es noch irgendeine Gelegenheit, dass man euch auch einmal live in der Halle in Bottenbrunn beobachten kann? Genau. Ja, die Saison neigt sich dem Ende zu, aber eine Chance gibt es noch. Wir spielen am 20. April, Samstag, 20. April um 15 Uhr noch einmal zu Hause in der Hauptschule in Bottenbrunn. Die letzte Runde eben gegen den schon erwähnten Verein Tulln, die momentan auf einem guten Weg sind, Meister zu werden in der zweiten Bundesliga und aufzusteigen. Also Top-Tisch-Tennis wird da sicher geboten. Und wir freuen uns natürlich über jeden Zuschauer, der vorbeikommt. Also das heißt, es gibt noch einige Ziele für diese Saison. Dann sage ich euch beiden Danke fürs Kommen. Und an Sie, verehrte Zuseherinnen und Zuseher, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.